moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal wir spielen heute wieder fifa 21 und öffnen ein paar packs pack 1 premium gold pack kein workout stünde ist okay geht klar geht klar geht klar so damit geht es rein ins zwei seltener gold spieler pack hoffentlich bitte walkout bitte walkout ist kein workout geht doch durch man haben sich das geht auch einfach durch für mich so verarscht so nächstes film und die spiele 75 plus spieler set mal sehen was da schönes drin ist hoffentlich was gutes kein workout geht auch nicht durch und es ist tammy abraham jawoll lässt sich bestimmt gut in der spc einbauen hoffe ich einfach mal klar rating ist nicht so gut das ist das problem nächstes seltener spieler set kein ohrgold geht auch nicht so gut 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 geht auch nicht so gut